Zwei Siege hintereinander, zwei Tage. Wie war das, wie ist der Eindruck, wie ist das Gefühl? Ich war natürlich sehr zufrieden. Also es war nicht leicht zu gewinnen, das ist ein Continental-Verblick. Man muss sehr gut springen und ich glaube ich habe gestern und heute gute Sprünge gezeigt. Einfach ein konstant hohes Level gehalten und ja, das Wetter hat auch mitgespielt. Es war sehr schön, beide Tage, unkalt und wenig Wind und ja, kann man sich nur wünschen sowas. Und wie war die Atmosphäre im Stadion? Ja, sehr gut. Heute nochmal mehr, bis zum Sonntag ist es noch ein paar Leute mehr im Stadion und ja, sehr schön. Und ich glaube, alle Neustädter freuen sich schon, dass sie ein externes Weltkampf haben werden. Wunderbar, also wir gratulieren herzlich. Ja, danke vielmals.